Liebe Fernsehzuschauer, hier ist BölfiTV mit Thomas und Umfeld. Kannst du dich mal umdrehen? Du stehst im Licht. Ja, doch. Gegen Licht. Ah! Bin ich jetzt schön? Jetzt sieht doch gut aus, oder? Warte mal. Jetzt geht's. Wir haben nämlich eine Autogrammstelle im Supermarkt. Natürlich! Nein. Hast du die Tauke fertig? Nee, wir wollen sie einladen. Hey, die ausverkaufte Ulti nach den Schwarzenberg am 31. Ich hab unter dem Ladentisch noch zwei Tickets für dich. Baby. Folge mir, ich zeig dir was. Was? Folge mir ins Licht. Hab ich einen schönen Heiligenschein? Und jetzt sieh über mich drüber, was ich für einen Heiligenschein habe. Da siehst du, was du alles erlebst. Du musst nur morgens einschalten. Morgen früh wieder. Ich denke mir noch eine Frage aus und dann schenke ich dir die Karten, okay? Du bist so cool. Warum bleibst du eigentlich eigentlich sitzen? Haha.